Unser Obst kommt von den verschiedensten Anbietern, auch aus dieser Region. Jedes Jahr hat seine Besonderheiten. Das Obst und das Fruchtsaft sind beides Naturprodukte, die den natürlichen Schwankungen unterliegen. Unsere Herausforderung ist es, jedes Jahr dem Kunden die beste Qualität herzustellen. Fruchtsaft hat eine lange Tradition. Die ersten Kältereien wurden vor über 100 Jahren gegründet, um das wertvolle Obst zu erhalten. An den damaligen Verfahren hat sich nichts geändert, außer dass heute moderne Technologie eingesetzt wird, um eine schonende Herstellung zu gewährleisten. Dem Fruchtsaft wird nichts hinzugefügt, weder Farb- noch Konservierungsstoffe. Er enthält nur die natürlichen Inhaltsstoffe. Es gibt zwei Herstellungsverfahren. Aus dem Obst wird entweder Direktsaft oder Konzentrat hergestellt. Direktsaft wird nach dem Pressen gefiltert, pasteurisiert und direkt abgefüllt. Beim Konzentrat wird dem Direktsaft mittels Verdampfung das Wasser entzogen und somit das Volumen auf ein Sechstel reduziert. Später wird dieses Konzentrat mittels Wasser wieder zurückverdünnt zu einem hundertprozentigen Fruchtsaft.